Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Game of Thrones. Ja, es wird ja immer spannender wie die Folge und deswegen werden wir jetzt sofort weitermachen, um zu gucken was auf uns zukommen wird. Looks fresh. Looks like they didn't make it to the block. Oh, God. Those are human teeth. Oh, rats. They're everywhere in King's Landing. Oh, disgusting. Yep. Oh, no way to get this a light. I wonder if I could use it for something else. Jailer, please. Shut it. Please come here. How strong are these bars? I wonder if I can pry it loose. I wonder what she's done. Hmm. Hmm. Hello? Excuse me. What do you want? Can you get me out of here? Because if not, I don't want to know. Hey. No talking. Jailer. 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 Jailer, come over here. Oh, don't you start again. Why don't you come here for a moment? We can have a little chat about it. God, woman. God, woman. I said shut it. Or I will come in there. And you won't like what happens. Well, what do you want then? Tell me. Please. Please. I'll do anything. Just tell me. Bastard. Before the day's over, they'll take us straight to the block. So don't give me that look. You can leave the judgment to the Father, whatever gods you believe in. I'm sorry. I meant no offense. But we have to keep our heads held high. Even when everything else is taken from us. Ha! I have a son. A little baby boy. I think of the smell of his skin. His tuft of brown hair. There is nothing I wouldn't do. Nothing. Just to hold him again. Dignity. It's worthless compared to that. What would you do in my place? I'll never see him again. People will tell your son about you. Stories about what you were in life. Give him a story he can be proud of. But you've no idea what I've done. Doesn't matter what we've done. All that matters now is what we do next. Mirror. Making friends already, I see. Be quick. We'll be coming back for her next. For your trouble. What? Nothing to say? Block will do that to you. They'll be here for you soon. You don't have much time. What are you doing here, Morgren? Come to rub your triumph in my face. Far from it, Lady Mirror. I've come to make you an offer. I was thinking about what you said. And I've come to the conclusion you're right. Lud will likely betray me the first chance he gets. And I realized I'd overlooked something of great value. What? Your name? I want you as my wife. Yes? Your wife!? Do you do all your wooing in cells? Ich bin neu zu Korting, aber ich wünsche weniger Gewalt und Intimidation. Wurs sind ein und verloren, in der Marriage-Bed-Mirror. Kingdoms, auch. Und ich will mein eigenes Kingdom. Ich beginne mit einer alten und noble Haus, mit einem Keep, wie Ironrath. Es kann nicht der größte Castle in Westeros sein, aber es ist ein Start. Two of your brothers are already dead. That idiot Ludd will take care of the rest. He marches on your house in full force, with ten times your numbers. I'm sorry, Mira. None of your family will survive the battle. You don't know that! Ironrath will fall to you, and through Marriage, it will become mine. A hold fast in the North can only help my ambitions. If all this happens, I want revenge against Ludd. Promise me he dies. Let me be clear, Mira. You're in no position to make demands. It's fitting how Betrothal begins in a cell. I'd say it's a perfect symbol for the rest of your life. You plan to keep me locked up? Well, perhaps not literally. If you play your part and produce my heirs. The murder of a Lannister guard can't go unpunished. But I can get you out of here, Mira. One word from me, that coal boy takes your place on the block. Tom! All you have to do is agree to marry me. You'll give up your power. You'll give up your ancestral home. But you'll be alive. So, Mira, what do you say? The coal boy? You will never have iron wrath. And you will never have me. What? You fool. I'd rather die. Fine. Have it your way. Fine. I think there will be a piece of paper. Sie werden nicht weit entfernt. Nicht hier. Lass mich gehen! Sylvie! Er ist mein Bruder! Ich war nicht fertig! Wenn Sie hier fertig sind, kommen Sie zu mir. Es gibt etwas, ich muss Ihnen zeigen. Ich glaube nicht, Gerard. Deshalb musste ich sehen Kotter. Er ist nicht gut. Und er wird nicht länger leben. Ich muss ihn sehen. Ist er da? Es ist eine Grund, ich wollte Sie sprechen. Ich muss Ihnen etwas machen. Ich wollte ihn nicht mehr so schwer, Gerard. Es ist einfach so schwer. Aber... Das ist dann, wenn sie mich gefunden haben. Die Nachtschade. Ich muss Sie, Sie zu Ende sein. Aber... Es ist unser Weg, Gerard. Sie müssen es ihm geben. Ich bin ein Wunscher. 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 Du bist sicher, dass das das Kotter will? Ich weiß, dass er das würde. Wir werden niemals die Freude überleihen. Sie sehen. Er ist so schwer. Sie haben Angst. Es ist ein Wunscher. Schwimmer! Sie haben Angst. Ich bin ein Wunscher. Wir haben Angst. Das kann ich nicht. Ich kann Angst. Ich kann mich nicht. Das muss ich nicht. Ich kann das Gefühl. Ja. Ich kann das nicht. Das ist zufrieden. Das kann sich nicht. Was? 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 Ich habe alles in meinem Macht, um zu helfen mit deinem Freund. Aber ich bin Angst, dass es zu kalt ist. Kein Problem kann ihn jetzt nicht mehr. Sylvie hat mir gesagt. Nachtshade? Was sollst du mit dem? Du wirst du es nicht mehr verletzt. Und es hat keinen Platz in hier. Was machst du mit dem Knife? Es ist für dich. Gareth! 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 Sylvie! Oh! Ich will sie sehen. Wo ist sie? Was hat sie passiert? Keine Angst. Sie ist draußen. Sie hat mir geholfen. Ich dachte, sie hat sie weg. Sie schon süss. Sie hat nur sie weg. Dankeschön. Sie hat sie verbunden. Sie wollen sie weg. Sie brauchen sie zu beschützen. Sie sollen sch Twinkommen? Sie müssen sie retten sie zu Prepüren, Sylvie. Ein Lesserer Mann hätte vor ein paar Tagen sterben. Aber ich glaube, du schon wusste das über ihn. Gott ist ein Krieger. Er ist immer so. Ich kann das sehen. Aber jetzt kannst du das Leben nutzen, um das Leben zu geben. Das war immer für mein Vater. Es ist ein Schilder der Macht der Nordgrove. Er ist ein Schilder. Er ist ein Schilder aus diesem Schilder. In meinem Vater, du sprachst für House Forrester. Es scheint nur zu sein, dass du das jetzt brauchst. Du bist hier für ein Grund, Garrod. Es ist kein Schilder, dass sie dich senden. Ich versuche. Ich werde Lord Forrester stolz. Ich weiß, dass du was notwendig ist. Ihr Freund ist sterben. Aber seine Leben ist zu viel wertvoller. Gib mir seine Herz. Seine Herz. Und seine Todesfache kann eine Art. Wir können ihn für ein größeres Ziel, Garrod. Ein Ritual von der Natur, um zu helfen, die Macht der Nordgrove. Aber... Wir müssen das tun, Garrod. Ich bin Angst, was passieren kann, wenn wir nicht. Sie sind. Ich bin Angst. Ich bin Angst, was ich nicht machen? Es wird nicht. Ich bin sehr schwer. Du sahst, was nach dem Kampf passiert. Ich bin fragt. Was ist das so? Ich muss das machen. Für mich, für die Grogs Nord. Ich bin bereit. Gared. Bitte. Ich kann nicht mehr nehmen. Endlich seine Gefahr. Verwendet ihr Leben, um uns zu machen, Gared. Das ist das Loke ist. Wir müssen... aber... na ha ha! Gib ihm diesen Pfeil, und sein Blut wird nötig sein. Lass uns sein Blut nutzen, um uns Kraft zu geben. Out there you saw what's possible. Nein, wir haben sie nicht versprochen. Nein, wir haben sie nicht versprochen. Auch Geld haben wir nichts versprochen. Wir haben das Ritual, und wir können uns vorbereiten für den kommenden Winter. Der Nordhain darf nicht fallen. Na gut, machen wir so. Wie machen wir das? Aber der Nordhain wird großartig. Ich wusste, dass ich dich an dich betrachten könnte, Garret. Use den Dagger, um seinen Kopf zu öffnen. Wir brauchen sein Herz. Oh! Jetzt hol den Kopf, schnell! Während sein Blut steht immer noch durchs Angriff. Ah! Danke, Gerrit. Ich weiß, dass es schwierig war. Aber du hast das richtig gemacht. Jetzt müssen wir den Körper gehen. Die Schreie sind nicht so gut. Die Schreie sind nicht so gut. Die Schreie sind nicht so gut. Wir müssen uns finden, um sie zu bewegen. Die Schreie sind nicht so gut. Das muss Lodd's tent sein. Natürlich wird er das größte für sich selbst nehmen. Mehr Schäuern. Pläts mit ihnen sind. Die Tauern gibt eine großartige Sicht über ihre Kampen. Die Horsen lieben die Tetheren während einer Krieg. Wenn wir sie einfach loslassen... Enough denken! Ging, where do you want us? Cut the horses free. Send them galloping through the camp. Horses? That's what you want? That's what we need. A distraction. Fine. But if any Whitehills get in our way, might have to cut them loose, too. Meet here once you've done your part. Good luck, Basilisk. Try not to get yourself dead, Westerosi. Can we rely on them? You can trust them to fight. Beyond that... Come on, let's get this done. Die von denen, die ich gesehen habe, finde ich irgendwie witzig. Die Horsen! Sie sind los! Ich bin der Förester, Junge. Ich bin der kleine Schiff nicht weggegangen. Wir können nicht gehen, wenn er nicht lebt hat. Mach das, was du musst. Und wenn etwas passiert mit mir, zähle ihn. Ja, Vater! Bring mir mein Greatsword. Fuck! What do we do? Ich will ihn blöde. Das ist die Chance. Wir werden sterben, Lord. Und die Wighthill-Armee zerbrechen. Quick, dann. Bevor er rauskommt. Nicht zu nahe. Als er sich verletzt wird, wir streben. Ich bin der Wight. Ich bin der Wight. Ich bin der Wight. Ich bin der Wight. Jetzt, wir holen sie. Ich bin der Wight. Ich bin der Wight. Ich bin der Wight. Ich bin der Wight. Das ist der Wight. Aber ich werde dich leben. Ich bin der Wight. Nicht heute, ich bin der Wight. Geht! Es ist vorbei, Loth. I underestimated you, Cripple, but it won't do you any good. My soldiers are already tearing down your gates. They'll kill your mother, your sisters, and Ryan. Grif's cut his throat by now, well, what are you waiting for? Kill me and be done with it. For Russia! It's good to see you. I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do it. Was der Ossi you leave where's the basilisk we were separated during the fight right before I took Lutz he's dead good I thought Besscher would be here Besscher will have to take care of herself They're everywhere The Lord, the Lord's here, rally to the Lord What's the situation here don't grim the Lord the White Hills have broken through and the rest of their forces are closing in We need reinforcements at the gate Have you seen mother? Dali, why aren't you? Have you seen mother? No one knows where she Get back inside, now My Lord, your command Protect our people get them away from the battle, get the small folk out of here, do it now Now this is the war I shall promise Oops Joe Roderick Oops Attack Evil 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 Sieg gut, Westerosi. Wir machen die Menschen ein Westeros. Wir machen die Leute ein Westeros-Westeros. Wir machen die Leute. Ich bin ein Westeros-Westeros, das ist ein Westeros-Westeros. aber klar Lord Roderick Forrester last of his kind I was hoping to face you whole no matter let go of my son fucking Forrester cut oh 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 my son oh 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 Arrows, ready! Arrows, ready! Donker! Amaya, stop! The North remembers! My lord, we have to get you out of here! Get off me! Stop it! Roderick, help me! No! 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 She's lost my lord! We have to go! You must survive, Roderick! For the house! For all of us that fought on this day! Now! No! Hah! Ha, ha, ha! Ugh! Oh! Woah! aber jetzt muss ein bisschen länger durch den kampf die folge ich sehe schon aber leider auch endet die folge jetzt ein wenig und sozusagen wenn euch das gefallen hat dann möchte ich freue mich ob ihr nächstes wieder dabei seid bis dahin ciao